Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute in Mikkelsdorf und haben gefragt, von wem man gerne ein Geburtstagständchen hören würde. Natürlich von der wendisböhmischen Blasmusik. Und warum? Weil wir die Besten sind. Und morgen wird Korkmaz. Und warum? Weil er ein guter Fußballer ist. Ja, finde ich auch. Von wem würdest du gerne ein Geburtstagständchen hören? Von den Ärzten. Und warum? Weil sie einfach allein unter Bands sind. Natürlich von wem das böhmische Blasmusik. Und warum? Weil sie mit Mikkelsdorf in Verbindung sind. Weil sie Mikkelsdorfer sind, die Musiker. Und die Leute müssen zusammenhalten im Dorf. Von meinen Eltern, von meiner Cousine und von meinem Cousin. Und warum? Naja, weil ich sie eben sehr liebe und mich dann sehr freuen würde. Von wem würden Sie gerne ein Geburtstagständchen hören? Von unserem allseits geschätzten und beliebten Herrn Bürgermeister, Ingenieur Gerhard Zahnfeld. Danke. 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 Danke.